Hallihallo Hallöchen und herzlich Willkommen zu YouTubers Live! Hallo Hallo Spiel? Hallo! So, hier, äh, wieso kein, äh, 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 warum? 651er ist ja echt arm, ne? Naja, machen wir mal ein neues Video. Machen wir doch mal ein neues Video. Nein, von dem Spiel nicht. Machen wir hiervon einen Block zu. So. Ich lege so ein bisschen, warum auch immer. Warum auch immer. So, schmeißen wir eh gleich raus. Ah, Professional Comment. Celebratory Scream. Half-Topic Comment. Äh, Serious Comment. Oder war es Sarkastik? Keine Ahnung. Ähm. Äh, nehmen wir mal das da und schmeißen es dann eh raus. Angry Comment. Short Comment. Und. Und da war es das dann auch schon. Nö, wollen wir nicht. So, so, so. Ähm. So. Und so. Hm. Vier raus, fünf rein. Naja, nicht so wirklich gut, aber auch nicht so wirklich schlecht. Seacourse. Yay. So, und dann kannst du direkt ein neues Video machen, würde ich sagen. Und dann machen wir hiervon einfach mal ein Gameplay-Video. Du kannst die Schrott-Videos machen, ich mach die guten, würde ich sagen. Station 2. Sleep. Sleep. Eat. Nochmal was essen. Dann können wir shoppen gehen. Mhm. Jihaa, Shopping. Jihaa, Shopping. So. Machen hier wieder, kaufen wieder ein Schrott-Spiel. So. Ne, wir gucken erstmal hier, was die Konsolen sagen. Da ist noch keine neue bei, dann brauchen wir uns auch kein... Ich sage hier, kannst du mal ein neues Telefon kaufen, würde ich sagen. Ne? Und Tablets gibt es leider noch nicht. Brauchen wir nicht, aber neue Klamotten können wir uns wieder kaufen. So. Dann können wir auch nochmal kurz bei IDEA vorbeischauen. So. So. So, ja, da waren wir schon. PC World. Und wir kaufen uns den da. Und dann müssen wir wieder ein bisschen sparen, um die Mieter reinzuholen. New Gaming Video. Gameplay. Wunderbest. Haben wir hier. Unser neues Müll-Spiel. Jo. Formal greeting. Formal greeting. Constructive criticism. Funny critique. Egoistical comment. Egoistical comment. Singing comment. Und dann könnte es sein, dass es schon wieder vorbei ist. Jo. Unser neues Handy. Kann aber eigentlich auch nicht mehr, ne? Doch, kann es. Cool. Muss ich mir gleich angucken. Yay. Show results of video. Publish Video. Was haben wir hier noch? Was auch immer. Was auch immer. So. 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 Cool. 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 Unser neuer Tower. Wuhu. So. Schlafen. Was essen. Dann kann er ein neues Gaming Video machen. Und zwar. Kann er direkt nochmal von dem was machen. Weil das so ziemlich das einzige. Oh ne. Hier auch noch. Kann er auch nochmal ein Gameplay von machen. Und dann können sie gleich ein Gameplay machen. Level up. So. Wo ist denn? Ich würd ja gern, aber irgendwie. Wie kommt man denn da wieder runter? So ein Sheet. Oh man. Ich kann sie nicht anklicken. Nervt mich. Music Intro. Unfunny comment. Singing critique. Warum auch immer ich immer Kritik darnehme. Off topic comment. Funny comment. Unfunny comment. Angry scream. Funny critique. Unfunny comment. Unfunny comment. Und da war's das dann auch schon wieder. Nein. Oh, mich das nervt! So. So. Und so. Oh, und nochmal neun. Nehmen wir den Vierer weg. Wir packen den Zwölfer rein, würd ich sagen. So, und du kannst auch ein neues Video machen, du olle Rumsteherin, du. Hier, First Expression an Workstation 2. Während du schlafen gehen kannst, wie krieg ich denn das da oben wieder weg, Mann? Und Essen. Und das war's für dich. Und du kannst auch ein neues Video machen für uns. Und du kannst es schauen. so oh ein neues tolles spiel und was können wir hier kaufen ich kaufe mir hier die dann noch mit dazu ich lege immer noch so ein bisschen unser neues spiel cool greeting murderous look professional comment happy expression serious comment happy expression short comment angry comment keine Ahnung was für ein comment nochmal schauen meine neue tastatur ich hätte gern die andere da liegen soll doch so so schlafen essen ich würde ja gern wieder runter hier so dass man das nur den unteren bereich sieht aber Arschkarte mhm 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 so dann kann sie direkt wieder ein Video machen aber nicht von unserem tollen neuen Spiel, sondern von diesem, und zwar das Gameplay-Video und du kannst shoppen gehen. Ja, sie nimmt Workstation 2. Ja, ja, dann halt jetzt. So, nope. Intro with effects. Happy expression. Singing comment. Constructive criticism. Young cat. Professional comment. Happy expression. Unfunny comment. Singing comment. And aus Mickey Mouse. Hmm. Wunderbar. Ja, dann, äh, show results of the video. Wunderbar. Schlafen. Essen. Und wir graylern mal den da ab. Wunderbar. Hmm. Machen wir doch gleich mal sowas. Aber dann kannst du direkt mit dem Video machen starten. Und zwar wieder hier vom Schrottteil ein Walkthrough. Station 2. Jo. Jetzt hat er da oben auf jeden Fall ein Leistungsstärker gleich noch stehen als hier unten. So, aber wir können kein Konsolenspiel nehmen, weil sie selber selber an der Konsole sitzt. Also können wir nur ein PC-Spiel nehmen. Das ist natürlich nicht so geil. da ist doch alles doof. Dann warten wir lieber. Würde ich sagen. Dann können wir ja eigentlich nicht so lange mal Schatten geben. Bist du mal fertig? Los jetzt, Mädel. Wie lange brauchst du denn? Technik-Kommend. 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 Witzig. Singing critique. Im Level Level Up. Ja, nee, ist klar. Short-Commend. Long-Commend. Celebratory Scream. Jo. No. Level Up. Und ein Skill-Punkt. Okay. Okay. So, was machst du da oben? Wo bist du denn? Bist du wieder da unten? Ich glaub's ja wohl nicht. Show Results of the Video. Nicht hier rum. Chillen. Du kannst schlafen gehen. Dann geh mal shoppen und mach mal ein neues Video. Und zwar ein Boxen. Ja. Ich so, hiervon. Und zwar das. Dann nochmal bei Ideen ein bisschen was einkaufen. Und zwar die Figur. PC World mal was für diesen Rechner. Oh, da muss ich echt vorsichtig sein. Mist. Verpasst. 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 Cancel. Weil sie soll auch eins machen. So. Und zwar hiervon ein Walkthrough. Und mit Workstation 2. So. Da das neue Spiel. Jetzt hätte ich gern noch den neuen Computer. Genau. Weil mit dem arbeiten wir jetzt. Okay. Das war erst die Figur. So. Nu aber. So. Falsches Spiel. Sorry. First Impression. Yo. Mario. Music Intro. Still in Video. Murderous Look. Singing comment. Nyan Cat. Nyan Cat. Nyan Cat. Erdweiß. Yay. Da war es das auch schon wieder. Wir müssen E3, glaube ich, sogar rausnehmen. So. Wunderbest. Warum ist sie gegangen? Warum ist sie gegangen? Okay, sie arbeitet noch bei mir. Ich dachte schon. Sie brauchte nur eine Pause, so wie es aussieht. Wunderbar. Wunderbar. So, dann fängt sie an. Nein, das da. 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 So. 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 Nyan-Cat. Casual-Criti. Müssen wir wieder zwei rausschneiden. Jo. So. 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 Und so. Und wir are the best. Nein. Was machst du denn schon wieder da oben? Jo. Ja, das ist gut. So kriege ich es wieder runter. Alles klar, jetzt weiß ich wie. Sehr schön. Salat essen. Go shopping. Aber ich glaube, eine Konsole geht ja noch nicht, weil die ist ja noch nicht erschienen. Also kaufen wir uns wieder ein nichtsnutziges Spiel. Und dann kannst du wieder ein Video machen von diesem Spiel. Wunderbar. Station 2. Du kannst eins auf dem Rechner machen von irgendwas. Gar nicht so leichter eins zu finden. Wait. Wave hello. Murderous look. Trolling critique Singing critique Long comment Happy expression Off topic comment Naja, so schlimm ist es nun auch wieder nicht. Schlafen Essen Level up Schlafen 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 Stundenspäter Workstation 2 Und du kannst shoppen gehen Wir können mal hier Da Können wir uns mal kaufen Und dann können wir uns hier auch mal wieder was kaufen würde ich sagen Und zwar diesen tollen Bildschirm Und dann können wir uns auch mal wieder ein bisschen Essen kaufen Schlafen So 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 Mit der Tastatur, der Maus, der Kamera und dem Mikrofon. So. Dann kannst du mal mit einem Video anfangen. Und zwar hiermit Gameplay. Und Station 2. Yay! 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 So, bist du fertig, damit ich hier starten kann? Hallo. So. Als nächstes muss ich mir die neue Konsole kaufen. Es ist übrigens unser letztes Video für heute. Hm. Unfunny-Command. Happy-Expression. Stolen-Video. So. Ach so, sie geht eh gerade. Okay. So. 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 Und so. Wunderbest. So, und du kannst mir auch mal die Resultate deines Videos zeigen. Und dann schlafen. Was essen. Und damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, denn wir sind durch. Bis zum nächsten Mal. Eure Thimble Tech. Bye-bye.